Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kurzvideo Portrait Professional 9 und die LumiQuest Softbox in der Anwendung. Die LumiQuest Softbox ist ein Blitzvorsatz mit der Charakteristik einer Lichtwanne, die mit vier Klettanschlüssen an fast jedem Kompakt- oder Stahlblitzgerät befestigt werden kann. Die Softbox liefert bei direkten Blitzen eine gleichmäßig verteilte weiche Ausleuchtung des Motivs. Der beim direkten Blitzeinsatz normalerweise auftretende, störende Hotspot, das heißt die lichtmäßig stärker betonte Mitte des Aufnahmbereiches, wird durch das speziell gestaltete Zentrum der Lichtaustrittsfläche der Softbox vermieden. Hier sehen wir den Vergleich einer Aufnahme ohne Blitz und ohne LumiQuest Softbox und einer Aufnahme mit Blitz und in Verwendung der LumiQuest Softbox. Der nächste Schritt ist die Bearbeitung unseres Portraits im Portrait Professional 9. Wie immer passen wir erst einmal die Konturen in unserem Bild an, dazu empfehle ich Ihnen das Video Portrait Professional 9 erste Schritte. Zuerst schalte ich die automatische Gesichtsverformung aus. Jetzt zeige ich Ihnen, wie unser Foto vor der automatischen Retusche mit Portrait Professional 9 aussieht und danach. Ich nehme jetzt noch den automatischen Retusche Pinsel, um noch Schönheitsfehler wie hier unter den Augen zu retuschieren. Das geht auch wunderbar mit Glanzstellen wie hier an den Lippen. Zum Schluss möchte ich die Augen meines Portraits vergrößern. Dies geht bei Portrait Professional 9 sehr einfach. Ich muss nur den Augenregler öffnen und die Funktion Augenweiten einstellen. Schon erhält mein Portrait strahlende, offene und freundliche Augen. Hier sehen wir noch einmal eine Aufnahme ohne Blitz und ohne LumiQuest Softbox und hiermit. Und das ist unser Endergebnis, retuschiert mit Portrait Professional 9. Weitere Informationen zur Portrait Professional 9 finden Sie unter www.portraitprofessional.de und zur LumiQuest Softbox unter www.noroflex.com. Beide Produkte sind im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Und das ist unser Endergebnis. Und das ist unser Endergebnis. Und das ist unser Endergebnis, Ürias Außer assignain die Ingedist Everyone mit ihrenonents festlegen strings zu machen.